Nö! Gut, Jimmy ist auch scheiße. Wir behalten Stan. Nein! Hä? Nein! Nein, nein! Nein, 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 nein. Bumm! Ich weiß nicht, warum hab ich denn jetzt nicht betäubt oder abgestochen? Das war so bläh von mir! Ja genau, fühl es! Scheiße! Kontern! Okay, cool. Lass mich! Nein! Lass mich! Nein! Nein! Au! Ich fange an zu zweifeln. Geh ich jetzt da hin? Hau dir einfach auf die Fresse! So! Nee, nee! Doch nicht! Ich verschwende mein MP dafür, dass ich hier jetzt schon wieder draufgehe. Ja, komm! Döte mich! Stehen Sie bequem! Ich bin die Ruhe selbst! Noch ein neuer Versuch! Ist ja erst der vierte! Schnauze bitte! Schnauze bitte! Nein! Au! 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 So! Scheiße! Scheiße! Gut, schläng ich dich nach da um und dann... Komm! Ach du Leber! Au! Au! Ja genau, schlägst du meinen Opa! Ihr habt da eine Idee! Okay! Beides... Mä! Doch, doch, doch! Hier, gib ihm meinen hier! Na mal bei! Ja, ja! Meiner auch nicht! Doch, toll! Na mal bei! Halt die Fresse, Junge! Kriegst du das Kotzen! Ach ne, das hatte ich gar nicht vor! Ihr hattet da was anderes vor! Schönen Tag! Schönen Tag! So! Toll! Immerhin einer! Das ist schon mal ne feine Sache! Muss man ja mal sagen! Scheiße, ich wollte da eigentlich noch nen Trank geben, aber... Mä! Ja, toll! Boah, jetzt sind wir beide toll! Wow! Cool! Doch nicht mehr! Toll! Au! Au! Cool, danke! Ich durfte noch ein wenig überleben! Das ist nice, cool, danke! Nice, nice, nice! Eigentlich wollte ich ja meinen Mana benutzen, so... Also nen coolen Trank und so... Bring nur nichts! Scheiße! Scheiße! So, Stan! Jetzt bist du dran! Nämlich! Vielleicht schaffen wir es ja eines Tages mal drück schnell A und D und dann klicken wir da für einen... Wenn du einen Blitz siehst! Ja, wenn du einen Blitz siehst! Gerne, wirklich! Ach du Leber! Aber das geht doch nicht! Warum bin ich denn immer zu spät? Ich seh da gar keinen Blitz! Oh nein! Und der ist wieder da! Ich krieg's kotzen, Leute! Ich krieg's los kotzen! Oh! Toll! So, ja, mach, mach nicht tot! Ach! 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 Ich hab mir so keinen Bock mehr! Jawohl! Ich hab mir so keinen Bock mehr! Jawohl! Ja! Ja! Ja, wir haben gefährlichste Mana! Ich weiß! Ach! Ja, toll! Mach mich tot! Los, komm! Jetzt, jetzt! Ah! Juhu! Schönen Tag! Oh! 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 Du Leber! Ach du Leber! Scheiße! Er ist immun gegen anekeln! War irgendwie klar! Cool! Nice! So! Hier, eins muss ich nochmal checken! Mhm, 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 mhm! Okay, wir brauchen, wir brauchen unbedingt Stan! Stan, Stan, Stan! Stan, Stan! Stan! Vielleicht schaffen wir hier, boah, ich bezweifle es irgendwie! So, mein Optimismus hält sich halt echt ein bisschen in Grenzen! Boom! Ah! Tschüss! Toll! Ich sag doch, mein, äh, Optimismus hält sich in Grenzen! Nicht! Ja, dir auch! Ja, klar! Ich meine, die beiden jetzt so toll! Komm, komm! Noch ein paar! Ja, töte mich! Begitt mich! Raus, raus, raus! Okay, die können immer hier nicht mehr über... Auferstehen, meinte ich! Nicht überstehen! Oh mein Gott, die haben's fast geschafft! Oh, wie glücklich ich wäre! Wow! So impressed! Ähm, äh, ähm... Ja, es wär auch schön! Dann geh ich jetzt da hin und dann, äh... Frages Moiche... Ja, komm, ich moiche ihn! Nützt uns mehr! Autsch! Autsch! So. Du wurdest ausgenockt. Dann mal gleich deine Attacke. Wurde gar nicht heilig. Was will das von mir? Noch wurde ich nicht ausgenockt. Komm schon, blute. Au, au, au. Okay, jetzt wurde er ausgenockt. Aber dein Unleben, Digga. Ich auch. Wartet kurz. Gegen das Mikro gehauen. Top. Lob muss auch mal sein. Auch Eigenlob. Denn wartet. Stinkt nicht. Eigenlob stinkt nicht, Leute. Hey, ich bin so glücklich. Ich muss jetzt speichern. Wow, ich bin so glücklich. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ich wünschte, ich hätte meinen Sekt noch hier stehen. Und hätte den nicht in der Badewanne ausgetrunken. Ich meine natürlich, man sollte niemals in der Badewanne trinken. Das geht gar nicht. So. Wir gucken jetzt, wo wir hin müssen. Ich brauche hier mal kurz ein bisschen Ruhe. Oh, wartet. Welche Richtung? Nein, das ist die Fall. Wo ist denn dieser scheiß Elternrad? Ja, das ist die Mors. Ist hier der Elternrad? Wo muss ich denn hin? Oh, nee. Hier unten. Ach ja. Mensch. Äh, 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 äh. Jetzt sitzt die Frisur auch wieder. Sie haben uns zu sehr aufgeregt. Zu sehr. Ich werde hier wahnsinnig. Du. Timmel. Timmel. So, immerhin auf Timmel kann man sich verlassen. Oh Gott, dieser Kampf regt mich immer noch auf. Behinderte, scheißfotzen, Arschkackwurst, Junge. Hallo. Genau. Äh-höh! Äh! Juhu! Wow, danke! Ich bin so glücklich! Jetzt kann ich endlich zu den scheiß Goths zurückgehen! AHHHHH! Das ergibt so viel Sinn! Nicht! Und weil ich ein scheiß Bild nicht... hier kommt... ist mir egal! Halt die Fresse! Stirb man! Wegen dieser Scheiße! Nur weil ich ein Bild haben wollte, musste ich mit Nazi-Zombies kämpfen! Um dann vier oder fünfmal in den selben Kampf zu gehen! Ich find die Musik hier immer so geil! Toll! Ein bisschen genießen kann man halt auch mal zwischendurch! Ja! Richtig gut! Oh! Oh! Rechts! Links! Oh! Falsch! Falsch! Runter! Ja! Sorry! Ich kann das! Wirklich! Scheiße, wie ewig ich sowas nicht mehr gemacht hab! Ich war echt mal so voll der King in ähm... Oh man! Achso, aber wie ein Conformist. Lass es mich nochmal versuchen! Okay. Und nochmal! Wow! Ich bin so konzentriert, dass ich nebenbei nicht mal reden kann! Komm, das war perfekt, oder? Was? Ja! Alleklar! Geil, jetzt können wir die Swat-Kleidung anziehen! Nice! Oh, geil! Ich hab neue Freunde! Richtig cool! Oh, ich hab so viele Freunde! Wow! Wow, kann ich jetzt mit dieser komischen Tussi da befreundet sein, die nur mit mir befreundet sein will, wenn ich viele Leute kenne? Wow. Oh, ich kann den Steinhammer benutzen. Benutze ich den nicht? Oh mein Gott, warum benutze ich den nicht? Nehmen wir doch einfach mal den Steinhammer. Hätte ich den die ganze Zeit benutzt, dann hätte ich vielleicht auch mehr Schaden gemacht, wer weiß. Ja, SWAT. Ich laufe jetzt wie ein SWAT-Temo. Das als Stil ist nice. Geil, 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 geil. Klumpen scheiße. Kram, Emo-Perücke, die finde ich eigentlich ganz cool, vor allem so mit dem Bart zusammen. Sieht alles scheiße aus. Oh, mir wurde auch gesagt, ich soll Waffenaufsätze dran machen, irgendwie so. Oh, fuck, haben wir viele. Gucken wir gleich. Ich muss hier erstmal irgendwas gucken. Schwarze Eyeliner, voll schön. So, oh, wow. Toll. Toll, toll. Wow. Da ist das auch toll. Oh my God, it's so beautiful. Hm, Doppelkinn. Toll, sieht man nicht? Mhm. Ja, komm, das hat was. Das hat auch was. Aber das finde ich schon cooler. So. Was kann ich da denn Schönes dran machen? Mhm. Wer hat 10% mehr Schaden ab, wenn du blockst? Nein. Wer hat 15? Nein. Ist mir egal. Fügt bei perfekten Feuerschaden. Ja, das ist doch geil. So, was haben wir hier? Perfekten. Ja, Frostschaden ist natürlich auch nice. Ähm, äh, 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 äh. Äh, nein, das ist kacke. Fügt bei perfekten Angriffen. 10%? Nee. Ja, ist auch schön. Ist auch neu. Okay, Schockschaden hat natürlich auch was. Boah, was? 15 Schockschaden? 50 Schockschaden! Ja, geil! Nehmen wir. Machen wir das damit? Und damit können wir dann brennen? Ja, machen wir so. Hat schon was. So, nehmen wir der Steinhammer. Und das hier nicht. Warum gibt's da zwei Plätze? Das verwirrt mich. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich weiß jetzt auch irgendwie nicht so recht, warum und so, aber cool. Alles schon ganz schön cool. Nein, lass das! Ja! Boah, geil. Hat schon was. Ja, ja, ja. Ja, 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 kann nämlich beides. Entscheide ich für die Menschen zu kämpfen? Für die Elfen? Alter, ich muss mich jetzt entscheiden. Wie scheiße ist das denn? Ich will mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, für wen ich bin. Hm. 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 Wisst ihr was? Ich mach jetzt ne kleine Aufnahmepause, ne, und schreibe einfach auf Twitter, frage ich ein bisschen, wollen wir mit oder ohne Cartman kämpfen? Also, wollen wir mit ihm oder gegen ihn kämpfen? Jo, schreibt irgendwas auf Twitter und dann nehm ich einfach gleich weiter auf. Ja! Tippitoppi, schreibt irgendwas in die Kommentare, Daumen hoch, abonnieren, ne, kennt ihr das Spiel? Bla, ich wollte schon hier Mr. Trashpack Song singen, aber, ne, ist ja seiner, ne? Das je auch nicht. Ich brauch nen eigenen. Hehehehehehe. Ja, ne. Tschöö. Musik